Also, wir haben uns gedacht, viele von euch kennen es bestimmt, oder viele auch nicht. Es ist nämlich schon sehr, sehr alt. Unge hat vor, wann war das? Vier Jahren? Fünf Jahre oder so? Sechs Jahre? Auf jeden Fall richtig lange her, hatte der mit Rewin ein Minecraft-Format, das hieß Castle Rush. Das ist ein Format, in dem es darum geht, dass ich zwei Personen jeweils einen Parcours bauen, in einer gewissen Zeit. Wenn die Zeit abgelaufen ist, muss der jeweils andere den Parcours von jeweils anderen absolvieren. Und wer das zuerst schafft, hat gewonnen. Aber wie machen wir das mit Bear Traps und so? Das sagen wir, man darf sie nicht so setzen, dass man nicht mehr, dass man die nicht outplayen kann. Ja, aber selbst wenn man reinläuft, dann ist doch übel scheiße, dann ist man halt zehn Minuten im Rückstand gefühlt. Dann ist man selber dumm, sage ich, wie es ist. Ja, wenn ich mir denke, das ist easy peasy und der Shark-Suppert kriegt es aber nicht hin und läuft in eine Bärenfalle, was dann? Ja, dann bin ich in einer Bärenfalle. Wir haben übrigens beide gleich viel Movement-Suite, sodass das für uns beide jeweils schaffbar ist. Little up Carson, du wirst so genutzt in Wein. Was machen wir, wenn einer illegalerweise guckt? 50 Euro auf Paypal oder Strafe? Machst du was Illegales? Ich mach nichts Illegales, aber ich mach irgendwas, was mir so viel Zeit geben wird. Oh, Okamsen, ich würd's richtig lieben, Alter. Ich übertreib's mal nicht hier. Was könnte ich hier reinmachen? Ah, das ist geil, oder? Das ist richtig geil, da wird der Okamsen echt ein paar Mal verzweifeln. Kannst du was spawnen? Ja, das wird richtig geil, oder? Oh, bei mir puzzelt sich grad Okamsen. Okay, ich hab schon mal ne Idee für später. Denn Leute, der erste Parcours, der führt dann nur zu irgendwohin, wo Okami dann das hier bekommt. Und damit kann er dann erst das nächste machen. Oh, also der Chat schreibt mir grad ein paar nice Tipps, ne? Ich teste mal kurz, ob das auch wirklich geht. Hey, Alter Shark, ich hab auch keine Ahnung. Ich bin komplett verwirrt. Ja, das funktioniert aber. Also, ich sag mal so, ich mach keine Bärenfallen, weil Bärenfallen sind lame. Ich mach auch keine. Oh, Karl, das wird so geil. Ich glaub, du hast keine Freude hier dran. Ehrlich, ich hab irgendwie nicht so Bock drauf. Die helfen mir legit, Alter. Krass, dass die auf meiner Seite sind. Boah, ich hab ne Idee. Hier kommt das rein. Und das. Und dann kommt hier ein PIN-Code rein. Karl, bist du noch da? Der ist gemutet, der bespricht Sachen, der sagt. Da kommt ein PIN-Code rein. Und den PIN-Code kann er sich durch den Parcours hier holen. Und muss dann aber mit der Truhe, mit der Seilbahn, einen anderen Parcours machen. Der dann irgendwie hier startet, der hier ist. Weil das muss er erstmal checken. Er muss erstmal den IQ haben, dass er das hier machen muss. Und dann kommt nämlich hier ein Jumbo-Turm mit Leitern. Da braucht er auch einfach schon mal schön 20 Jahre zum Hochklettern. Auch sehr, sehr geil. Weil eigentlich wollte ich von hier halt jetzt die Zipline spinnen, wisst ihr? Und dann auf einen anderen Turm, der hier ist, dass er halt wirklich nur mit der Zipline da hochkommt. Ah, wobei doch, das geht ja doch. Der Munin gibt mir, by the way, gerade ein paar Tipps, ne? Der Munin! Ja? Du ehrenloser Junge! Der Ehrenlose, ich geil, das glaube ich nicht. Mein Mr. Munin! Frech. Kannst du ihn von mir ausrichten? Das hätte ich nicht gedacht. Kannst du ihm sagen, er wird aus den Tribe gekickt. Jetzt muss ich nur noch machen, dass der Schmupansen irgendwo hier den Code findet. Den Code für... Und ich mache hier eine Falle hin. Ja, ich mache hier eine Falle hin. Weil dann denkt er sich so, was ist das für eine Falle? Und geht hier nicht hoch. Und dann heetet der ihn noch eher weg. Das ist safe gut. Das ist safe gut. Okay, das wird hier... Okamsens Finale, Kackstrecke. Jawohl, wo es ihn vorbei ballern wird und alles. Bei mir ist alles dodgebar, sag ich, wie es ist. Alles dodgebar, alles dodgebar. Ich schreibe dem so die letzten Tage. Munin, Munin, ich spiele gerade Solo. Ich habe alles am Start. Wenn du Bock auf PvP hast, du brauchst nur kommen. Wir können direkt fighten gehen. Ich habe alles. Und er so... Okam, wie soll ich hier helfen? Schau es zu erinnern. Das wird vermerkt, sag ich, wie es ist. Alter, ich habe so nice Ideen, ne? Alter, ich habe gerade selber keine Ahnung mehr von meinem Parkour, ne? Und das nervige ist einfach, dass du die ganze Zeit diese scheiß PIN-Codes eingeben musst. Also wirklich legit. Oh, okam. Was machst du denn für ein scheiß Parkour? Also ich glaube, ich bin ready. Ja, erst dein oder mein? Ja, mach erst mein. Oh, es rendert rein. Es rendert rein. Ok, Sharksobert, wir gucken dir zu. Jetzt geht es aber ans Eingemachte, ne? Erste vier Nachkommastellen von Pi. Es ist 3,141, 9536. Ab. War das richtig? Jetzt geht es los. Die schreiben bei mir gerade alles Mögliche in die Kommis. Geil. Ja, war richtig. Meins war richtig, Junge, als ob ich noch, als ob ich die Nachkommastellen von Pinock hätte. Ihr seid alle los, Alter. Ihr seid alle los im Chat. Die schreiben da 34121415187. Aber es gibt zum Glück die Last-Pin-Code-Funktion. Da kann er immer den letzten benutzen. Wusste ich auch nicht, aber gut zu wissen. Oh, okam. Wo kam es denn, du Sack? Du kleiner Sack, Junge, du bist so ein Sack, ne? Als ob du es nicht gesehen hast. Ne, ich habe damit nicht gerechnet. Als du das null gesehen hast. Als ob du so intelligent bist, ey. Das war halt eigentlich voll obvious, ne? Sag mal, Chat, war es obvious, war es nicht, oder? Bei mir schreiben sie alle, hat man gar nicht gesehen. Ja, ja. Ja, ja, doch. Der schreibt auch, der cooler Bio-Apfel schreibt auch, hat man gar nicht gesehen. Ah, jetzt weiß ich aber Bescheid. Oh, hier sind ja gar keine Türen. Ja, bin ich nett, oder bin ich nett? Warum sind die mir keine Türen? Ich bin nett, sag's, Charks, dass ich ein netter Typ bin. Du bist ein ganz netter Typ. Such weiter, du Spack. Erste vier Stellen der Eulerschen Zahl. Keine Ahnung, was das ist, Junge, noch nie gehört. Noch nie gehört. Einfach noch nie gehört. Ja, ich habe, elfte Klasse habe ich viel geschwänzt, muss ich gestehen. Oder lass den Chat dir helfen. Ja, die schreiben wieder alles Mögliche. Die lügen alle. Lord, als ob du von deinem eigenen Chat so gebatet bist. Junge, die lügen alle. Mods, bann, bann. Jeder, der falsch. Ich probiere alle aus. Immer, wenn eins falsch ist, die nächste Bannwelle raus. Als ob er seine eigenen Zuschauer... Bannwelle raus. Bitte an alle Mods. Was war die letzte Zahl jetzt? Nicht so schnell auch schreiben, wer zu schnell schreibt, auch bitte bann. Mach dir einfach Matheaufgaben, ich google Okami. Du bist so ein Knick, Alter. Könnten wir alle mal die Orschbocklis zocken. Wer das liest, ist dumm. Junge, wie dünnig kann man sein. Oh, als ob. Hier ist ein toter Polovia. Hat wohl nicht geklappt, deine Falle. Nee, nee. Ich habe ihn gekippt, weil der immer so vor die Tür gelaufen ist. Und das wollte ich halt nicht. Jo, 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 jo. Junge habe ich mich gerade erschrocken. Okay, Okamsen. War das jetzt hier die Mission? Ja, sag mir's mir. Okay. Wow! Junge, wie so eine Hyäne einfach. Als ob du so lachst wie so eine Hyäne, Junge. Die Tür war abgeschlossen, die andere. Hä, echt? Ja. Oh, das tut mir natürlich leid. Fehler im Parcours, das gibt eine Minute drauf. Mach die Tür zu, riskier es. Es geht nicht. Ah, doch, 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 doch. Siehst du? Ha! Siehst du, Schatz, alles machbar, okay? So, Schubbhaben, und jetzt guck dein Fehler im Parcours. Verschlossen, hier ist kein PIN-Code dran. So. Okay. Er will also, dass ich mich da runter yeete, oder was? Wo dann da ein Heavy-Tourage steht draußen. Oh, ja, das. Wo bei mir eine Donation reinkommt, oder was? Der Josen 04 in Twitch primed. Ja, bei mir wollen sie den Support da lassen. Bei dir nicht, ne? Woo! Kark's? Ja. Ja, du darfst dich jetzt töten lassen. Das ist nicht mehr Teil der Map. Als ob? Als ob du runterspringst. Schatz, du bist so lost. Warum springst du runter? Du sagst, ich dachte, das ist der Weg, und dann geht's raus. Ich vertraue dir bei gar nichts, Hände. Ich mache jede Tür echt nur noch seitlich auf und gucke so durch. Das wird ja schon ein bisschen eklig, ne? Das wird fast unfair, gebe ich zu. Oh! Oh! Okay. Oh, okay. Du bist ein kleiner Saunerist. Was denn? Jetzt ist halt die Frage, welch ist die richtige Tür? Junge, du bist so ein kleiner Arsch. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist überhaupt nicht geil. Hä? Da hinten? Hä, aber da steht ein Turret. Ich feier's grad so. Als ob du so lachst wie ein Bösewicht, Junge. Habt ihr gehört? Er dachte wie ein Bösewicht. Warte, das tut jetzt. Da ist aber gar kein Artefakt. Ja, wie gesagt, irgendwie hat's nicht funktioniert. Ich hab's eigentlich in den Slot gemacht. Deswegen haben alle reingeschrieben. Aber du hast es jetzt. Okay, Zeit gestoppt. Wie lange hab ich gebraucht? Da sagen wir 15 Minuten 20. 15, 20. Ich bin im Spectator-Vote. Tja, schwupp, Wahnsinn. Warte mal, aber du sagst mir, wo der Eingang ist, ja? Du hattest wenigstens einen Eingang. Ja, darfst ein bisschen rumgucken. Alter, jetzt bin ich gespannt. Hä, ist da irgendwas drin? Okay, geht's eigentlich schon los? Geht los, oder? Ja, soll ich Zeit stoppen? Warte, warte. Ready, steady, go. Okay, ich geb dir den Tipp, es gibt zwei Startdinger. Dafür steht die 1 und die 2. Es gibt quasi zwei. Hier ist der Start. Es gibt zwei Richtungen, wo es losgeht. Hä? Als ob du so schlecht bist. Hä? Ich geh in die Richtung. Hier ist nix. Ist doch nix, oder? Nein, hier ist gar nix, schwupp, aber hier ist gar nix. Ah! Oh, Carmsen. Einfalter-Schritt und du kriegst 10 Minuten auf deinen Nacken. Ja, ja, nee, 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 nee. Junge, alles hier frei, er jubbt einfach genau da rein. Alter, Junge, als ob ich das jetzt alles abreißen muss. Nein, man kann da Slalom drumlaufen, alles easy. Aber kleiner Tipp, du kannst da echt easy vorbeisneaken. Und jetzt? Jetzt geht's ab, Schupphamsen. Äh! Ha, ha, ha! Yeet, 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 yeet. Als ob er noch im GCM ist. Als ob er cheatet einfach. Go, go, go. Ja, kann ich? Ja, leg deinen Nacken Schmackes. Oh, er tried the other way. Ich check nicht, was es ist. Das ist eine Seilbahn, so viel kann ich verraten. Seilbahn? Mhm. Okay, dann ist das schon mal nicht der richtige Weg. Fatz, ihn postet's. Ja, 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 ja. Zack. Oh, er ist drin, er ist drin. Für die Zuschauer. 5 Minuten 49 auf der Kappe. Hä, was soll denn das werden, Scharks? Bisher bin ich noch, äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, enttäuscht, ne? Echt? Ich hab ein bisschen mehr erwartet. Ja, willst schon sehen, dann komm mal her. Wow, nein, ein Polovia. Yeet. Ein kleiner, ein kleiner Mixer. Vielleicht überlebst das, wenn du Speedo Gonzalez bist. Das war extra nur Verwirrung, damit du hier stehen bleibst und der Polovia dich aus dem Leben eatet. Weil du hier so guckst, hä? Was ist das? Es hat voll geklappt. Jawoll, jawoll, jawoll. Acht Minuten 50. Ne, ich komm raus. Oh Gott. Ja, 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 Schumpansen is it. Hinterher, hinterher? Ne, okay. Okay, Okamsendaten. Zeig mal, was du kannst. Ne, ich reiß die ab, Alter. Als ob ich da rüberjumpe. Willst du mich verarschen? Das wird ja übel knifflig. Als ob du so dumm bist, ey. Ist ja geil. Also da kann man auch nix. Hä? Was? Weißt du, was du suchen musst? Und? Macht es dir einen Kopftwist, dass da steht, links ist der richtige Weg? Weil genau das haben wir uns gedacht. Oder ist er muted? Er ist muted. Er hat seinen Mute-Partner auf irgendeinen komischen. Ich hab dich gemutet. Oh mein Gott. Junge, du musst mal deine Mute-Taste umbellegen. Aber ich drück doch nicht mal 4. Das verwirrt mich halt. Tja. Nein! Oh, oh. Tja, war das eine Notiz, wo es zufällig falsch drin steht? Junge. Das fühlt sich ja wie Snake. Damit ist es sogar relativ easy. Mann. Okay, du hast dich gelogen. Oh, auch die falsche leider. Ja, ich sag mal, wie es ist. Da vorne stand ja extra ein Schild, wo richtiger Weg und falscher Weg stand. Wenn du dann extra in den falschen geht, links stand es richtig. Hä? Als ob? Ja, ich sag ja, ich hab's dir extra gesagt. Wenn du einfach falsch gehst, das ist einfach nur Dumm halt. Da steht's ja sogar. Oh, stellt euch das mal vor. Wenn das sogar steht richtig falsch, du gehst einfach dann extra in den falschen. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich war mir echt nicht sicher, ob ich dir vertrauen kann. Ey, ich hab gesagt, das Psycho spielt ihn weg. Und es hat ihn weggepsychospielt. Psycho spielt. Kurzer Timer-Check. Plus fünf Minuten. Hä? Als ob du so dödlich bist. Plus nochmal zwei Minuten. Ja, OK. Warum? Also du bist... Dir können wir eine Stunde oben druck Psychologie-Student-Sharks einfach dir... Äh, warum? Ey, komm, gib mal jetzt. Die Psycho-Games mit OK. Also das ist ja so geil. Und das ist... 1, 2, 3, 6. Wofür? Oh. Ach so. Jetzt ergibt alles Sinn. Ah! Oh, da hätte er nochmal fast die fünf Minuten sich gegettet auf den Nacken. Ping-Pong in die Giftfalle. Da ist er weg. Nein, ich bin tot. Irgend so dumm. Ich habe mir nicht gemerkt, was da drin stand. Ja, als auf. Als auf. Als auf. Wie dumm bist du? Wie dumm bist du? Ich wollte doch mit dem Ding eigentlich rauslaufen. Ich puh jetzt mein... Ich... Weißt du was? Ich puh mein... Mein Ding stream kurz so. Ne, ich schau mir das jetzt an. Ich kann es dir auch sagen, biete ich dir an. Aber fünf Minuten musst du dafür nehmen im Tausch. Das wird auf deinen Gesamt-Timer gerechnet. Und das wird am Ende ganz schön peinlich, wenn die Zeit dann da steht. Ich schau mir das jetzt an. Hä? Was ist denn hier für eine Scheiße drin? Sag mal so. Eventuell, weil du das Item nicht kennst, muss ich Okam-Sin sagen. Die Leute schreiben keine Tipps. Ich weiß, aber das muss leider sein. Das ist der Motor für eine Zipline. Jetzt bin ich gespannt. Alle, in meinem Chat schreiben alle die richtige Zahl, ne? Bei mir haben alle die falsche Junge irgendwann. Ob ihr so Ehrenmänner seid. Und Sharks wird die ganze Zeit nur geprankt, Alter. Geil. Geil. No, no, no. Ja, Okam, dann jietet dich mal. Ich bin mal gespannt, ob es dich wegjietet, weil eigentlich jietet es dich jetzt weg. Oh, oh, oh. Der seilige Boss. Der seilige Boss. Mit Leertaste jumpt man ab, nur als Info. Zack, da jietet es ihn. Ha, ha, hab ich mir schon gedacht. Nein. Das ist ihn weg, Flexi. Aber ich habe überlebt. Er hat es überlebt. Er hat es einfach übersprungen. Der hat meinen Scheiß hier übersprungen. Alter, du Cheater. Du Cheater, Junge. Du Cheater. Guck, 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 guck. Rein, rein, rein. Nein. Er hat es nicht reingeschafft. Geh doch mal in eine Sprengfalle. Ne, mache ich nicht. Okami kauft ihr Internet. Ich habe Internet. Nur kein gutes. What? Hast du gerade vorgespult? Nein. Gespaß. Hä, habe ich nicht. Du hast vorgespult. Nein. Als ob man mit Snowbo nicht hochlettern kann. Das ist ja voll scheiße. Charks? Ja? Ne. Was meinst du? Das gibt mir fünf Minuten extra für deine Hinterlistigkeit. Oh, doch. Was denn für eine Hinterlistigkeit? Ja, genau die. Charks? Ja? Halt es den Maul. Jetzt spiel mal fair. Ich spiel fair. Du warst nicht fair. Okami kippt. Ja, 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 ja. Ich bin so gut. Er hat es. Stopp. Okami. Okami. Finale Zeit. Mit Beweis. 25 Minuten 8.